Hallo Leute, jetzt bin ich auf dem Weg mit der Kamera und bin gerade in der Fotografie-Klasse und ich muss jetzt Bilder machen und meine Partnerin ist leider immer wieder nicht da. Deswegen habe ich die ganze Arbeit allein. Aber naja, was soll man machen? Wundert euch nicht, meine Haare sind so unter der Jacke, deswegen sieht das so ein bisschen komisch aus. Und jetzt gehe ich raus und mache Bilder. Und ja, ich nehme euch dann gleich wieder mit, wenn ich wieder in der Klasse bin und dann zeige ich euch, wie ich den Film entwickle. Ich mache einfach mal an, wie schön der Frühling ist. Ich habe jetzt meine Bilder gemacht, gehe jetzt zurück ins Schulgebäude und dann werde ich dann anfangen, die auch gleich zu entwickeln, weil das dauert irgendwie immer voll lange. Die Tür gebe ich auf. Andere Tür. Ihr seht euch ja immer mal an der blaue Himmel und die Vögelzwitscher. Ich kann es einfach nicht glauben, dass jetzt endlich Frühling ist. Es ist immer noch sehr kalt hier. So sehr kalt halt. Das ist halt Minnesota. Aber es wird ja zum Glück jetzt wärmer und jetzt gehe ich rein. Kalt. Wir sehen uns im Klassenzimmer wieder. Das ist das Evaluation-Sheet und das muss man immer ausfüllen für den Lehrer und dann auf der Rückseite die Test-Strips und auch die Bilder dann aufkleben und das dann halt abgeben und es wird dann benotet. Jetzt gehe ich in den Darkroom, um meine Bilder zu entwickeln. So hi guys, we're at lunch right now. We have sea lunch and wait a minute, I'm gonna show you. This is my lunch. Sometimes I eat that lunch, but most of the time I eat salad. So now we're gonna see. Wait a minute. Those are my friends. Hi. Hi. So, I have some questions. Why do you like the lunch or why do you don't like the lunch? Well, I brought my own lunch, so I don't know, it's not good, but sometimes they have good stuff. Okay, yeah. Sometimes they have good stuff, sometimes... Yeah, sometimes it's good, sometimes it's bad. And I... This is actually a privilege because I've lived off of bringing my own lunch for nine years, so it's good to have hot food every day. Yeah, hot food is nice to have sometimes. The chicken nuggets are really good. Yeah, that's really good. I eat them. Yeah. Best day ever. Yes. I agree. Yeah. Okay. Dried out. Thank you. Do you want to get some oil? This is what we're doing in cooking class. We're making banana bread. Okay, we've got a recipe. Wait a minute, I have a YouTube channel. I know what you do. Oh, you know you do? I don't know that you know. Okay, I will... What is it? What is it? It's dream something, right? Whoa. It's about the American dream. That's what it is. When you went to the football game, you recorded it. Yeah. Yeah, you were with me. Oh, now I remember. It's kind of far away. Yeah. So you're mixing our banana bread. Yeah, I see it like oil. And over there we're cleaning, and my job is just to shut down the oven and put everything together. All right, that's good. This is how our cooking class looks, right? Joy. And we're getting grated on that. And we're gonna eat syrup. Yeah. Over here. Just a quick snack. Put the sandwich right there. I do. 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 Oh my God. What is it? Oh my God. This is beautiful. I do. What is it? What is it? Okay, we're playing the game, we're starting to play the game of life, do you want to leave the salon with you? This is Madeline, and we are playing, and this is Bobby, we are playing the game of life, and we're starting to play it, and we're in life skills class right now. I'm red, I'm always red, I'm green, I'm over there almost, always. We need little people to identify us. I'm green. So that's what we do right now. Yes, I'm over there. Thank you. 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 Thank you.